Jetzt wieder mal ganz in Ruhe, das gute Buffet, was es alles gibt. Das ist für 29 Dollar. Wir haben jetzt geschaut, wenn man essen geht. Das war alles viel, viel teurer. Deswegen kann man das super gut machen. Am gescheitesten ist, wenn man es zu Hause gleich mitbucht, die Halbvention. Ich empfehle meinen Kunden immer gleich, wir sollen die Halbvention mitbuchen. Und dann haben sie gleich jeden Abendessen. Das Fleisch, das Fisch ändert sich jeden Tag. Das Kalamadios, ein bisschen Stilz, Stilz, Kommos, Nassagne. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hier gibt es Barbecue Sauce, Champignons Sauce und Crea Bolsat. Recomendation. Hier gibt es einen Hamburger von Hamburger. Sie wird alles selber breit machen. Diese Fischberichtung wird sich falsch gemacht. Ein junger Mann macht ein Pasta mit einer Variation, was man da braucht. Von uns hat ein bisschen eine Kärzesauce. Jetzt werden Sie eine Speise sein. Wir sitzen immer draußen. Darin ist die Grieberlache an und draußen ist man schon warm. Ein super Salatgefühl. Ich denke, wir sollen auch das Vorspeisen dafür. Hier gibt es dann Eis. Hier gibt es Salz. Hier gibt es Apfel. Und wenn ich. Frische Apfel. Das ist mit einem Schuppertbrunnen. Und jetzt haben wir noch einen Pasta. Und die Pasta. Und die Pasta. Und die Pasta. Heim. Hier那個 Apfel. Ja, okay. Hollywood. Ohne ihn müssen sie mal richtig draußen lassen. Hallo. Ich bin der Hubert. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos. unten auf Gefälltwirtbrunnen, wenn ihr weiteres sehen wollt. Ich kenne fast alle Rio Hotels. und wenn ihr Fragen habt, ruft mich einfach an. Die Telefonnummer steht unten. Ich kann auch gerne Ihre Buchung in Kraft nehmen und würde mich freuen auf einen neuen Anruf von Ihnen. Bis dann. Ciao.